Um die Besucher stärker auf unsere Sammlung aufmerksam zu machen, haben wir den Eingangsbereich neu gestaltet. Das Sine-Brüchow-Museum in Helsinki hat uns ein wunderbares Bild zur Verfügung gestellt und wir haben im Eingangsbereich symbolische Ausschnitte aus diesem Bild gewählt, die immer dichter an das eigentliche Motiv, die Miniatur, heranführen und das Ganze löst sich dann auf, wenn man auf die Vergrößerung des Gemäldes als komplette Darstellung nachher zugeht. Von dort kommt man dann rechts in den Ausstellungsbereich und nach links in die Bibliothek bzw. das Studio. Im Normalbetrieb ist der Raum geöffnet für Besucher und er wird als Einführungsraum und Informationsraum genutzt. Dazu gibt es zwei Filme, die man anwählen kann, die großflächig projiziert werden und über ein Panel kann man dann ansteuern, was man sehen möchte und zwar sowohl auf deutscher wie auch in englischer Sprache. Und hier haben wir zum einen die umfassende Fachbibliothek, die die Tensees über viele Jahre zusammengetragen haben. Die Bibliothek ist aber auch dafür da, dass jemand, der hier über Miniaturen arbeiten, forschen möchte, hier arbeiten kann und dann die Literatur nutzen kann, sich einzelne Objekte aus der Sammlung zeigen lassen kann, sodass man also hier zum Beispiel über bestimmte Künstler, bestimmte Techniken oder bestimmte Darstellungen vor Ort wunderbar arbeiten kann. Die Zeit Napoleons ist auch in der Miniaturmalerei eine sehr spannende Zeit. Zum einen sind mehr Miniaturmaler tätig als je zuvor, weil einfach das Bedürfnis nach diesen privaten Bildnissen sehr gross ist. Zum anderen sind die Miniaturmaler aber auch anders gefordert, denn erst jetzt kommt wirklich das intime, private Bildnis auf. Vorher waren das so halboffizielle Porträts, die auch noch einfach den gesellschaftlichen Rang darstellen mussten und jetzt sind es plötzlich private, intime, individuelle Porträts. Dieses Bildnis hier von Zar Alexander I. malte einen italienischen Miniaturmaler, Domenico Bossi. Der Künstler reiste durch ganz Europa, bis er schliesslich nach Sankt Petersburg kam, wo er den Zaren mehrmals porträtierte. Tatsächlich zeigt diese Darstellung den Zaren ähnlich wie Napoleon sich auch immer darstellen ließ, nämlich in derselben Stellung aus dem Bild hinausblickend, sich nicht mit dem Betrachter beschäftigen, sondern mit wichtigeren Dingen. Napoleon und Alexander I. waren eigentlich erbitterte Feinde, aber niemand hätte dem anderen jetzt irgendetwas Böses nachgesagt, weil sie respektierten dieses Können, dieses militärische Auftreten, dieses Geschick, dieses taktische sich engagieren in den Schlachten. Dafür hatten sie grossen Respekt der eine vor dem Land. Dies ist ein ganz besonders schönes und berührendes Stück, das wir hier zeigen. Es ist eine Miniatur von Jean-Baptiste Soyer. Eine ältere Dame sitzt auf einem blauen Lehnstuhl in einem blauen Kleid und sie hält einen kleinen Jungen auf ihrem Schoß, der seine Arme um sie gelegt hat. Und aus dem Bild spricht eine große Innigkeit und Zuneigung der beiden zueinander. Die Miniatur hat eine Inschrift auf der Rückseite, die der Junge angefertigt hat im erwachsenen Alter, denn er beschreibt dort, dass er sich genau an diesen Moment erinnert, indem er auf den Schoß seiner Großmutter geklettert sei und sie umarmt habe. Wir haben diesen Zeitpunkt für die Ausstellungseröffnung mit Bewusstsein gewählt, denn diese Sorte Tensi wäre jetzt 100 Jahre alt geworden. Und wir wollten diesen besonderen Geburtstag eben gern zum Anlass nehmen, die neue Ausstellung zu eröffnen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020